es ist ein uhr nachts und ihr wisst was das bedeutet der shopmaster ist wieder back schön dass ihr wieder alle eingeschaltet habt ja shop ist zurück ich würde mich auch gerne freuen wenn ihr meinen kanal weiter unterstützt ansonsten lasst uns mal losgehen wie ihr seht haben wir gleich oben marvel mit am start wieder ja so sieht es aus marvel is back den meisten wird sicherlich bekannt sein auch ein schöner ladebildschirm sehe ich gerade ja ich habe es glaube ich schon mal gesagt so eine extra rubrik für ladebildschirme würde ich ganz begrüßen muss ich sagen ansonsten der eine oder andere wird sicherlich auch schon die marvel skins oh black widow sieht ein bisschen besser aus als der weiße skin naja mit blonde frisur jetzt nicht unbedingt ja alles bekannt auch hier wieder mit stolzen preisen natürlich so die kollegen sind auch neu seit paar tagen schon so frühlingshafte aktion hier haben wir noch ein bisschen was die ganz breite ok ganz also ist ja noch wilder als als andere emote von gestern LAUGHTER das war richtig es ist echt zu schießen ey Terrorhäschen... ok das ist wirklich wild Wir müssen설COM Meister Lampe, alles bekannt, hier ist Hälschen Hüpf nochmal, ganz smooth muss ich sagen, ist alles beim Alten geblieben, hier nochmal die Eiersuche für 200, kann man ruhig mal machen für 200 oder schenkt es euren Liebsten oder auch noch gehen. So ist alles noch beim Alten, hier hat sich nichts weiter geändert, Dami ist auch wieder zurück, ok, alles so geblieben, auch die Lego Pakete mit den Wahnsinns Preisen, na gut, nö, sonst alles beim Alten geblieben. So, dann würde ich mich mit der Marvel Reihe wieder verabschieden, danke fürs Zusehen, und dann, wie gesagt, geht es wieder heute Abend weiter mit Live4dinet on Stage, macht ihr noch einen schönen Tag, wie gesagt, heute ist Ostern, denkt dran, viel Spaß bei der Eiersuche, ich bin raus, euer Jobmaster, Ciao for now!